So Leute, heute unterhalten wir uns über Bitcoin und vor allem darüber, dass hier gerade ein paar echt verrückte Sachen passieren. Sachen, auf die ihr jetzt unbedingt kurzfristig achten solltet. Wir unterhalten uns also zunächst mal über unmittelbare Dinge und danach möchte ich euch diese Fraktale zeigen, denn diese Fraktale ist tatsächlich mega interessant und gibt uns auch einen Hinweis darauf, was passieren könnte, denn bis jetzt hat es das auf jeden Fall jedes einzelne Mal getan. Wir unterhalten uns über die traditionellen Märkte und im Großen und Ganzen einfach über Bitcoin. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, dann würde ich sagen, lasst uns jetzt auch direkt mal mit Bitcoin auf dem Daily Chart anfangen. Und seitdem wir von dieser blauen Linie nach unten durchgebrochen sind, da habe ich ja gesagt, dass wir auf jeden Fall möchten, dass wir ganz schnell wieder über diese blaue Linie kommen. Okay, wir wollten also einen großen Pump, weil wir einfach nicht unter der blauen Linie bleiben wollten. Und was ist dann passiert? Naja, wir haben genau diesen Pump gehabt. Nach diesem Pump wussten wir jetzt natürlich auch, dass der nächste Widerstand bei der orangefarben Linie ist, die wir getroffen haben. Da sind wir durchgebrochen und ich habe ja gesagt, wenn wir die orangefarben Linie durchbrechen, dann haben wir den nächsten Widerstand bei der roten Linie, die wir dann auch durchbrechen müssen. Und genau das ist dann auch passiert. Wir haben, nachdem wir die orangefarben Linie durchbrochen haben, wirklich genau den Widerstand an der roten Linie getroffen. Das Ding ist jetzt, was das kurzfristig angeht auf diesem Chart, ist das jetzt erst einmal der letzte Widerstand, den wir durchbrechen möchten. Und interessanterweise, ich finde es echt immer interessant, wie super das mit den ganzen Widerstandsleveln aufgeht. Deshalb sage ich euch auch die ganze Zeit, seit so vielen Wochen, ihr müsst unbedingt diese Level beachten. Denn wenn ihr euch diese Level angeschaut hättet, dann hättet ihr wahrscheinlich sogar ein paar richtig schöne kurzfristige Trades machen können. Denn, naja, der Bitcoin-Preis hat wirklich perfekt all diese Widerstandslevel respektiert. Das ist jetzt auf jeden Fall der Stand der Dinge. Wir sind noch nicht über den Berg, denn wir müssen erst einmal ein Breakout über die rote Linie sehen. Und dann können wir wieder darüber anfangen zu sprechen, dass Bitcoin kurzfristig bullish wird. So, was jetzt die Unterstützungs- und Widerstandslevel angeht. Da können wir sehen, dass die Linie, an der wir jetzt momentan Widerstand finden, ziemlich genau bei 49.400 Dollar ist. Direkt darüber haben wir die orangefarbene Box. Was bedeutet, dass das ein noch viel stärkerer Widerstand sein wird. Ich bin mir jetzt also nicht ganz sicher. Ja, ich meine, sollten wir die rote Linie durchbrechen, wird das jetzt ausreichend sein, damit wir auch dieses Level durchbrechen können. Ich wäre jetzt auf jeden Fall vorsichtig, wenn ich einen Trade auf der Grundlage dieses Breakouts von der roten Linie eingehen wollte. Denn wir müssen unbedingt verstehen, dass wir noch die orangefarbene Box haben. Was ja im Allgemeinen bedeutet, dass es ein riesiger Widerstand ist. Deshalb, ich persönlich würde mit einem kurzfristigen Trade darauf warten, dass wir auch die orangefarbene Linie durchbrochen haben. Also, erst durchbrechen, dann ein bisschen konsolidieren und dann würde ich den kurzfristigen Trade eingehen. Langfristig bin ich ja sowieso bullisch auf Bitcoin. Tatsächlich haben uns ja auch die längeren Zeitrahmen gezeigt, dass wir immer noch bullisch auf dem Kryptomarkt sein können. Und ich werde euch das gleich auch nochmal zeigen. Aber bevor ich euch diesen Chart hier zeige, möchte ich euch eine weitere Chart zeigen. Und zwar auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen. Das ist jetzt der Chart, über den ich gestern gesprochen habe. Und ja, auch hier sind wir ausgebrochen. Wir sind hier ausgebrochen. Tatsächlich können wir sehen, dass wir sogar den vorigen Widerstand mittlerweile als Unterstützung auf dem Weg nach unten getestet haben. Was wir jetzt also für Bitcoin kurzfristig sehen möchten, ist, dass dieses Level hält. Dass wir im Grunde genommen, dass wir über diesem Level bei 49.000 Dollar bleiben. Damit dann auch die Unterstützung bestätigt wird. Und wir auf jeden Fall darüber bleiben können. Was wir jetzt auch möchten, ist, dass wir wieder über die rote Linie brechen bei 49.000 Dollar. Wir möchten, dass wir über die orange formende Linie bei 49.500 Dollar ausbrechen. Und dann mit einem richtig schönen Pump über die orange formende Box kommen. Das ist ja zumindest das, was ich mir kurzfristig für Bitcoin momentan anschaue. Langfristig haben wir natürlich immer noch diese Fraktale intakt. Ihr wisst ja, die Fraktale, die ich euch gestern gezeigt habe. Und diese Fraktale zeigt uns etwas echt Verrücktes. Denn was jetzt gerade passiert, ist auch 2020 passiert. Hier können wir sehen, im Grunde genommen genau das gleiche. Das hier war jetzt einer der wenigen Unterstützungslevel, die wir eben noch gehabt haben. Als die Dinge auch kurzfristig ziemlich bärisch ausgesehen haben. Ich habe immer gesagt, dass wir immer noch die längeren Zeitrahmen haben, die uns jetzt den Bitcoin-Preis unterstützen können. Und genau das ist dann auch passiert. Wir haben hier diese Unterstützung gefunden. Sind allerdings noch nicht über den Berg. Denn wie gesagt, wir wollen darüber konsolidieren und die Dinge machen, die ich euch vorhin auf dem kürzeren Zeitrahmen gezeigt habe. Trotzdem, solange diese rote Linie hält, bleibe ich auf jeden Fall immer noch bullish, was die Kryptomärkte angeht in diesem Moment. Was mich jetzt wiederum zu den traditionellen Märkten führt, weil die traditionellen Märkte auch gestern begonnen haben zu pumpen. Wir sind im Grunde genommen direkt bis zur orangenen Linie gepumpt. Hier sieht man jetzt definitiv die Bedeutung der orangenen Linie bei 4.642. Denn das ist genau der Punkt, an dem wir jetzt Widerstand gefunden haben. Also nochmal, es geht momentan auf und ab. Einfach, weil klar, der Markt ist in diesem Moment definitiv unsicher. Ja, trotzdem, der erste Stopp, den wir jetzt erstmal haben, ist ein Breakout durch diese orangefarben Linie. Einfach, einfach generell ein paar richtig schöne Pumps an den traditionellen Märkten. Das ist das, was ich jetzt hier erstmal sehen möchte. So, was jetzt das wirklich langfristige angeht, da warten wir immer noch darauf, dass wir diesen zweiten Pump im Markt haben, der uns dann wieder auch beim RSI zu diesem Level bringt, wo man dann langsam aber sicher ausskalieren kann. Das Ding ist jetzt tatsächlich, wo der Markt schon so eine ganze Weile gelaufen ist, also der Bullenmarkt, sobald wir die, sagen wir mal, 80.000, 90.000 erreichen werden, da werde ich definitiv damit anfangen, richtig stark raus zu skalieren. Und das ist einfach eine Frage, die mir so viele Leute gestellt haben, wann ich damit anfangen werde. Und ja, das ist so ungefähr meine Richtung. Klar, ich werde hier jetzt niemals all meine Kryptowährungen verkaufen. Das werde ich nicht machen. Aber trotzdem, ich werde aus Altcoins ausskalieren und auch aus Bitcoin ausskalieren, sobald wir die, sagen wir mal, 80.000 Dollar erreicht haben. Wichtig ist natürlich dabei noch zu erwähnen, dass ich selbstverständlich Moonbacks zurücklasse, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, was zu verpassen. Sollten wir doch weiter Richtung 200.000 Dollar pumpen, aber ich bin definitiv glücklich, sollten wir die 80.000, 85.000 Dollar erreichen, das ich dann ausskaliere. Und sollten wir dann einen richtig signifikanten Absturz sehen, einen Bärenmarkt, das ist der Zeitpunkt, wo ich dann den Dip kaufen werde und richtig, richtig viel Bitcoin akkumuliere. Achso, und ich sage jetzt natürlich nicht, dass wir mit Bitcoin bis auf 600 Dollar stützen werden. Ich nehme das besser mal weg, bevor hier noch einige in Panik geraten werden. Aber trotzdem, ausskalieren bei rund 85.000 Dollar und dann weiter Bitcoin akkumulieren, wenn wir mit dem Preis niedriger sinken. Das ist im Grunde genommen meine Strategie. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch diesen Chart zeigen, der von Parabolic Math gepostet wurde. Und das ist eine echt interessante Faktale. Hier, wir können sehen, dass wir den Momentum-Indikator in der Mitte haben. Dann haben wir den RSI im unteren Drittel und wir haben den Bitcoin-Preis im oberen Drittel. Was man jetzt auf jeden Fall sehen kann, ist, dass wir aus dem Momentum-Indikator ausgebrochen sind. Hier, schaut mal, wir haben diese abwärts geneigte Linie. Da sind wir ausgebrochen. Und genau hier ist dann auch der Bitcoin-Preis nach oben gegangen. Dann sind wir auch hier ausgebrochen. Und auch hier ist der Bitcoin-Preis nach oben gestiegen. Und dasselbe gilt jetzt hier. Wir sind ausgebrochen. Die Frage ist jetzt, können wir tatsächlich einen ähnlichen Preisanstieg erwarten wie vorher? Naja, wir haben dann natürlich noch den RSI, wo wir zuvor dann auch immer aus diesem RSI-Downtrend ausgebrochen sind. An dieser Stelle und dann auch noch an dieser Stelle, wo der Bitcoin-Preis auch nach oben gegangen ist. Jetzt müssen wir einfach mal abwarten, ob wir auch dieses Mal wieder sehen können, dass wir beim RSI auf dem Daily Chart durch diesen Abwärtstrend durchbrechen können. Ich werde euch selbstverständlich über all das auf dem Laufenden bleiben. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Wie immer freue ich mich natürlich tierisch über Feedback in der Kommentarsektion darüber, wenn ihr auf den Daumen nach oben drückt und das Video mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video.